Ich bin Helena. Mein Name ist Lilith. Ich habe auf der Emmeut Akademie mein Facharbi in Sozialpädagogik absolviert. Also ich bin Shukri. Also die Schule ist, was die kulturellen Unterschiede angeht, sehr interessant. Auch Leal zum Beispiel kommt ja aus Senegal, glaube ich. Leal ist ja Kurde, Mayumi ist Kolumbianerin. Was ich selten an Waldorf orientierten, Privatschulen erlebt hatte. Und wir haben unsere eigene Firma, Berlin Bees. Da arbeiten wir mit Bienen und mit deren Honig und verkaufen den an verschiedenen Märkten und so. Die Lehrer sind hier gut, weil die versuchen alle auf einen Stand zu bringen, damit alle an einem Strang ziehen. Wir haben sehr, sehr viele junge LehrerInnen, wodurch sie halt noch diese Motivation hatten zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Schule, die anders ist, die besser ist. Die Meinung von dir bleibt wichtig. Das wird sie immer und das entscheidet deine Zukunft. Ich weiß nicht, ich finde es unglaublich wichtig, dass es Menschen gibt, die den Wunsch haben, etwas zu verändern. Ich weiß nicht, wie es so gut ist. Töne Musik Das wird sie immer noch auf. Wunsch